Die Digitalisierung bestimmt natürlich weiterhin die Themenvielfalt der Intergeo. Geoinformationen bilden die DNA der digitalen Transformation und stellen damit die Grundlage für vielfältige Anwendungen in der digitalisierten Arbeitswelt dar. Wie schon in den vergangenen Jahren, so steht auch in diesem Jahr Building Information Modeling, aber auch Smart Cities und Drohnen im Fokus der Intergeo. Die Bauindustrie und die Geospatial Community sind traditionell eng miteinander verbunden und durch die Digitalisierung wird diese Verzahnung noch enger. Unter Einbeziehung von Partnern aus Nachbardisziplinen wie zum Beispiel Building Smart oder dem Bundesverband Deutsche Bausoftware beleuchten wir auf der Intergeo die Thematik BIM, insbesondere im Bereich der Infrastrukturen. Viele interessante Diskussionen und Vorträge hierzu erwarten Sie. Der digitale Zwilling nimmt auch im urbanen Raum an Bedeutung zu. Geoinformationen bilden in der Smart City die Grundlage für die digitale Vernetzung in der Stadt. Überhaupt stellen Geoinformationen und damit die Frage nach dem, was ist wann und wo, weltweit die wichtigsten Datensätze für eine smarte City dar. Darüber hinaus haben wir in diesem Jahr insbesondere die Entwicklung der Kommunen und des Katasters im Fokus. Die kommunalen Verwaltungen stehen im Zuge der Digitalisierung nämlich vor gewaltigen Herausforderungen. In diesem Kontext kann und muss die Geobranche ihre Potenziale und ihre koordinierende Rolle wahrnehmen. Der Kongress diskutiert neue Ansätze und zeigt praktische Erfahrungen. Und dann hätten wir da noch die Drohnen. Die technologische Entwicklung im Bereich der Drohnen schreitet stetig voran. Die Einsatzmöglichkeiten sind heute schon vielfältig und sie werden weiter zunehmen. Beim European Drone Summit, der bereits zum zweiten Mal parallel zur Intergeo stattfindet, werden die rechtlichen Voraussetzungen und die Einsatzmöglichkeiten umfassend diskutiert. Der Bereich Inter-Arial Solutions als eigene Ausstellungsfläche in der Expo und die Live-Demos in der Flight Zone zeigen zum einen innovative Produktneuheiten und Anwendungsmöglichkeiten. 25 Jahre sind bei technisch geprägten Veranstaltungen eine sehr, sehr lange Zeit. Die Intergeo ist in der Zeit viel breiter, viel interdisziplinärer, viel internationaler, viel dynamischer und viel, viel datengetriebener geworden. Messe und Konferenz sind in den vergangenen Jahren immer weiter zusammengewachsen. Und die Intergeo hat weltweit ihre Stellung als Leitmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement eindrucksvoll ausgebaut und behauptet. Sie bietet einen ausgezeichneten Überblick über die aktuellen fachlichen Themen in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt. Sie ist aber auch ein Abbild modernster Branchenlösungen für Business- und Consumer-Anwendungen. Um dem Fachkräftemangel in der Branche entgegenzuwirken, bietet die Intergeo erstmalig den Campus Geoinnovation an. Geeignete Fachkräfte aus den Bereichen Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement fehlen nämlich sowohl in der Wirtschaft als auch in der Wissenschaft und in der Verwaltung. Im Rahmen des Campus Geoinnovation, der ganz bewusst im Messegeschehen platziert werden wird, besteht die Möglichkeit, Studierende, Arbeitgeber, Start-ups, aber auch Hochschulen und Universitäten sowie Verbände zusammenzubringen und sie so sinnvoll zu vernetzen. Wie überhaupt die Intergeo eine großartige Plattform auch zur persönlichen Vernetzung bietet. Also, besuchen Sie die Intergeo. Wir sehen uns im September in Stuttgart. Wir sehen uns im September in Stuttgart.